Lassen die deutsche Mannschaft bis zur Mittellinie völlig unangetastet. Bierhoff! Und da ist das 1 zu 0! Eine Minute 32 Sekunden gespielt! Fehler von Sami Hybja! Und der Kapitän erzielt sein 25. Länderspieltor. Ausgangspunkt, die Flanke für Neuville und hier der grobe Schnitzer von Hybja. Und fast nur noch Farmsache für Bierhoff, die deutsche Führung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er nicht im Gabensalik stand. Babbel, klasse gemacht, Neuville! Bierhoff! Und ein Torntor! Sie können es kaum fassen. Eine wunderbare Kombination bringt das 2 zu 0 in der 17. Minute. Der zweite Treffer von Oliver Bierhoff in diesem Spiel. Hat man jetzt nicht gesehen. Ausgangspunkt war Babbel. Dann Neuville. Neuville kommt nicht mehr heran. Die verunglückte Kopfballabwehr von Sastamoinen. Und das 2 zu 0 durch Oliver Bierhoff. Es schwappt hier die Welle durch das Stadion. Die Finnen hoffen noch. Sully. 1 zu 2 nur noch. Als hätten es die Fans geahnt. Jannis Sully. Jeremis haut über den Ball. Johannis und stolpert. Und dann geflückt, weil der Ball zudem ist gegen den Pfosten. Knallt und da kommt. Hier eine unglückliche Aktion von Jens Jeremis. Lehmann auf den falschen Fuß. Da war nichts mehr zu machen. Das ganze Form von der Finishing-Mannschaftfeld. Es wurde von dem Spieler Nummer 50 geschlossen. Nur noch 1 zu 2. Gnie. GIt и гuc. ... Vielen Dank.